Ah, sie sind sterben. Okay. Komm, tötet mich. Tötet mich bitte heute noch. Danke. Tollt. Jetzt müssen wir respawnen. Ich kann die letzten übertöten müssen. Ich kann die letzten übertöten müssen. Ich kann die letzten übertöten müssen. Ach, da geht es nicht so weit rein. Na toll, jetzt kommen die auch noch dazu. ich finde es geschafft dass wir immer wieder neue dazukommen verarsche ehrlich gesagt danke fürs nicht heim also beim nicht heim sind die echt gut alter was war das denn keine ausweichen meine fresse können sie mich an ihm mal heilen dankeschön ich bin zwei wochen dran bis wir den tot haben